Okay, warum auch immer. Das war glaube ich nur zum demonstrieren. Nicht! Oh, Gegner, Gegner, Gegner. Das sind doch Pfeile, siehst du das nicht? Ja, was ist das? Nein, 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 nein! Hat sich die Tür links auch geöffnet? Ja. Nein, ich werde sterben! Ja, viel Spaß. Wir schauen dir dabei früh! See ya, Bitches! Oh! Verdammt! Oh Gott! Hab ich mich erst schon? Okay. Au! Hilfe! Bist du jetzt echt gestorben? Ja. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich runterfallen könnte. Oh nein! Du hast dich dann noch festgehalten. So viel zu Angst runterzufallen. Wie heißt das? Wie fällt der Narbe nicht ein? Das bringt ja nichts. Hat nur... Guck mal, hier gibt es auch einen Narbe. Als erstes musst du ausgeschaltet werden. Oder ich. Je nachdem. Ich komme nicht hoch! Ich auch. Hä? Warte mal. Was kann ich denn? Ah! Oh! Gut, dass es da nicht runter war. Das war nicht durchdacht. Au! Au! Geh weg! Ähm... Noch einer sollte mal da stehen bleiben. Oh! Nums! Stop! Stop! Ab ihn! Ja, willst du haben? Spucke ich ihn jetzt wieder aus? Nein! Nein! Warum stellst du dich denn nicht auf die Plattform? Scheiße! Du Kielhals! Eile! Weißt du? Eile! Weil hier ist... Hier ist ja auch noch die Tür ver... Aua! Verschlossen. Was ist du denn? What the fuck? Ich hab mir das doch so toll angeguckt so. Ja, hacking doch am besten den Kopf ab. Zum Hackebeil. Kirby ist ja schon so... Oh, wow! 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 Oops!